Hallo, mein Name ist Michael Hüffner. Ich arbeite bei der Firma Hanshaus in der Bemusterung. Meine Familie und vor allem die Enkelkinder, wir treffen uns am ersten Weihnachtsfeiertag bei uns, um Weihnachten zusammen zu feiern. Für die Enkelkinder ist natürlich die Bescherung das Wichtigste und vor allem, wer darf als erstes die Geschenke auspacken oder sein Geschenk auspacken. Damit es da keine Streitigkeiten gibt, wird eine kleine grüne Gurke im Christbaum versteckt und derjenige, der die Gurke als erstes findet, darf natürlich sein Geschenk als erstes auspacken. Das ist natürlich ein riesiger Spaß für die Kinder. Dementsprechend oft wird auch die Gurke oder muss die Gurke im Christbaum versteckt werden.